Hallo und herzlich willkommen zurück, Empyrean mit Avonacho. Grüß dich. Moin, moin. Hey. So, wir sind bestens ausgestattet, bestens ausgerüstet mit einer Knatterpeng. Ja, Knatterpeng. Und du? Ja. Sag weiter, du warst dran. Ja, und wir wollten eigentlich hier mal gucken, Waffenfabrik und so, oder? Mhm. Mal gucken, was wir da schön nicht kriegen. Ist ja nicht so weit weg. Nö, ist auch nicht. Oh, schlendern wir mal rüber, ne? Jo. Hast du dich denn voll gegessen? Ich bin fast satt. Ich hab vier Würste noch dabei. Gut. Dann ist ja alles gut. Wann das vier? Ja, vier Stück. So, Heilpflanzen. Direkt mal was mitnehmen. Ja. Kann man ja immer behaupten. Nimm doch halt einfach so Pflanzenkram mit, da steigt dein Level. Du hast doch nicht so einen hohen Level, ne? Ja, das sind aber nur 20. Da geh ich gleich ein bisschen Eisen holen und dann steigt mein Level ganz schnell. Okay. Jetzt nehm ich nur das mit, was wir brauchen können. Und das sind halt so Heilpflanzen, die kann man dann immer mal brauchen. Ja, das auf jeden Fall. Gerade wenn wir zur Waffelfabrik gehen. Ja. Deswegen nehm ich die jetzt einfach mal mit. Mhm. So ein paar. Und dann ist gut. So, du bist neben mir, hinter mir, vor mir. Wo bist du? So ein bisschen seitlich. So, guck mal aufs Radar immer. Oh, ich sehe Essen. Aber so wird von der Menge Essen. Ja. Siehst du, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nö. Warum? Ich bin vorhin zum Essen suchen in die andere Richtung gelaufen. Ja, warum machst du denn das? Ja, was? Ja, hast du mal nicht gesagt, du. Du wolltest ja Kuwait haben, ne? Ja, warum? Ja, das ist direkt hinter der Waffenfabrik. Ja. Jetzt weißt Bescheid, du. Hups. Ähm, waren wir in der nicht schon drin? Ich sehe keine Geschütze. Waren wir da schon drin? Nee, geht ja eigentlich nicht. Nee, da war ich doch gestorben, ne? Ja, ich würde gerade sagen, pass mal ein bisschen 8 da, ne? Die hat uns richtig schön hart rangenommen. Pass mal ein bisschen 8, sagt er. Mhm. Also, ich sehe Geschütze. Ich sehe auch eine Radaranlage. Und das eine Geschütze, das, ähm, 115. Bin ich noch nicht nah genug. Ich bin jetzt an einem Geschütze schon mal dran. Ja, dann mach das schon mal weg. Ich nehme mir das zweite vor. Ach, an dem bist du dran. Quasi hinten links, ne? Mhm. Ich schieße mit. Ja, sieht lustig aus. Und weg ist er. Hinten rechts ist auch noch einer. Ja. Ist denn unten auch noch Geschütze? Unten. Was hast du denn jetzt, der geschossen? Nix. Der hat auf mich geschossen. Und das lässt du einfach so zu? Nö. Oh, okay. Ich muss nachladen. Pass auch. Weg ist er. Weg ist er. Lustige 300 Punkte dafür. So. So. Jetzt muss ich mal gucken. Das sieht so aus, als wäre das nämlich genau das Ding, wo Aliens drinnen sind. Ich höre es auch schon. Unten rechts. Ah ja, du hast es schon mal gefunden. Ja, sieh. Erstmal haben die mich gefunden. Da können wir aber jetzt direkt rein und können sie... Oh, viele Kisten. Huh. Oh oh. Da fällt er schon direkt drinnen, du. Ja, ich habe den Block weggeschossen. Tut mir leid. Oh, schön. Hast du schon leer gemacht? Eine Masition, ein Antidot. Alles leer hier. Scheiße. Auch leer. Aber hast du Jackpot und ich nix? Nee, hier liegen zwei auf... Oh, noch mehr Munition. Pst, pst, pst. Hör mal, hör mal. Ich geh mal außen rum. Ja, lass uns erst mal die Kästen durchschauen. Oh, Hunde. Hunde, 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 Hunde. Hunde? Ja. Diese Fledermaushunde. Mhm. Hier ist ja in den Kästen gar nichts drin. Wieso nicht? Ja, ich weiß. Nicht genau, warum. Hast du... Können die springen, die Hunde? Nee, gell? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Du bist ja abgehauen. Ich bin hinten rum. Achso, Türen kriegt man jetzt gar nicht mehr auf, ne? Wir müssen erst den Kern finden. Wo bist du denn? Hintenrum. Ich höre ein Geschirr. Oh, oh. Und hier gibt's irgendwo ein Ausdruck. Oh, oh. Oh, jetzt gibt's Ärger bei mir. Ah. Der macht ja keinen Änderung mehr. Elins war da nämlich auch noch. Ja, ich seh. Und auch ein Hund. Weg ist er. So, direkt mal runter zum Looten. Mhm. Hier tobt noch ein Hund. Und hier rechts von mir. Ein Hund, der Maul. Ist auf jeden Fall in Arbeit. Ich weiß noch nicht, ob drinnen oder draußen. Oh, oh. Vorsicht. Oh. Du musst nachladen. Der tut nix mehr. Los. Aber der hinter dir. Oh, oh. Warte mal. Aua. Man soll ja auch immer um die Ecke gucken. Ich hab keine Munition mehr. Scheiße. Ja, ich auch nicht. Ich hab die ganze Munition verballert. Pistole. Moment. So, wo ist er? Oh, warte mal, warte mal. Ich muss erst mal mich verpflegen hier. Weg ist er. Weg ist er? Okay. Okay. Oh. Und Gott sei Dank. Viel hab ich nicht mehr, du. Ich muss mal Medipack nehmen. Glaube ich, ein großes. Ja, muss ich auch. Ein großes hab ich nicht. Ach, ich hab doch die Heilpflanzen. Nehm ich doch die erst mal. Oder? Hab ich... Ja. Ne, hab ich mal da extra mitgenommen. Eieiei, das war aber... Knapp. In den Kisten ist nix drin. Null. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Mensch, da denkst du Waffenfabrik. Ja, geil, ne? Hab ich gedacht. Und dann nix. So, durch die Türen kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwo durchschießen. Am besten durch so ein Fenster. Und das müssen wir jetzt schaffen mit ganz wenig Munition, wie ich sehe. Komm mal zu dir. So, was hab ich dann an Munition? Sechs Schuss noch von der dicken. Ja, da hab ich auch niemand auf. Das ist Wahnsinn. Wo hab ich dann die ganze Munition hin? Ich schließe jetzt hier das Fenster auf, ne? Was, äh, so. Moment, nachladen. Ja. Und jetzt, oh, ich hör schon wieder, ähm... Warte mal. Wollang? Dass die Kisten alle leer sind, das ärgert mich so ein bisschen. Sollen wir reingucken? In die Tür hier? Ja, die Tür. Oh, da hör ich Dinge jetzt drunter. Geht nicht auf. Hast du auch gehört, ne? Falsche Fraktion oder kein Kern. Ne, da hab ich diese Roboter gehört. Mhm. Du weißt, welche ich meine? Ach, die ungemütlichen. Ja, ich mach hier auch noch auf. So. Warte, nachladen. Hier geht eine Treppe. Oh, hier steht noch einer. Oh, einer? Da ist ein Roboter. So, der ist weg. Oh, da steht noch eine Type. Ganz rechts um die Ecke ist auch noch einer. Achtung mal drauf. Oh ja, Vorsicht. Und ein Geschütz noch. Ach, das ist ein Roboter, der Ding. Oh, noch ein Geschütz. Oha. Geh aus dem Weg, der schießt hart. Der schießt aber auch noch hart. So. Aber ich schieße auch hart. So, der ist weg. Da hinten ist auch noch einer. Ja. Da kommt noch eine Type. Ja, ja, ich hab's gesehen. Nein, 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 nein. Oh, ich hänge im Looten fest. Da, wo ist die Type? Alter, der will mich ja ärgern hier. Ja. Warte. Jetzt ist er weg. Jetzt ist da noch eine Type, ne? Denk dran. Warte. Ist er weg? Weg. Super. Einmal looten. Wow. Ich höre noch Hunde. Vorsicht. So, du sagst, wollen wir hier die Treppe hoch? Erstmal können wir die Frachtbox hier gucken. Leer. Ja, auf jeden Fall. Leer. Die sind alle leer. Wofür nimmt man denn so ein Ding auseinander? Ich weiß auch nicht, was wir hier gerade anstellen. Das war hier draußen? War das hier draußen? Naja. Hier sind auch noch Frachtboxen. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt eine Etage höher. Ich bin Treppe hoch. Okay, warte. Ich komm. Aber auch hier Frachtboxen alle leer. Was ist denn das? Und ein Aufzug, der nach oben führt. Okay. Können wir gleich mal gucken. Hier gehen Treppen nochmal nach unten. Aber ich glaube, da waren wir gerade, ne? Überraschung. Dann schießt du nicht auf mich, schießt du auf den anderen. So. Einmal schnell looten. Langsam, langsam. Vielleicht. Komm zurück, komm zurück. Ja, hab ich vor. Vorsicht. Oh. Da ist noch einer. In your face. Bam, bam. So. Lootest du? Einmal looten. Ich lade nach, warte. Schön. Großes Medipack, kleines Medipack. Ja, gönn dir eins. Ja, ich gebe dir jetzt gleich erstmal von allem die Hälfte ab. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Jetzt guck mal ganz kurz. Hat ich da oben was vergessen? Nee, den Constructor hatte ich reingeguckt. Der ist auch wieder leer. Komm mal bitte einmal zu mir. Wo ist er denn jetzt? Bist du da? Ja. Bist du hier? Ja, ja, da. Nimm mal bitte einmal. Und nimm mal bitte einmal. Und nimm auch hier vorne mal bitte einmal. Nur für den Fall der Fälle. Hätte ich aber fast in den Fuß geschossen. Nur weil ich eine Wurst essen wollte. Mach doch sowas nicht. Medipack. So. 17 Schuss habe ich. Nee, 9 Schuss habe ich wieder für das Sturmgewehr. Ich nicht, nein. Gut. Wollen wir weiter gucken. Ich habe da nur 6 Schuss drin, ne? Und auch die Pistole ist auch bald alle. Habe ich auch noch 12 Schuss für. Und danach müssen wir erstmal nach Hause. Müssen Munition machen. Aber das sieht gar nichts drin. Guck mal da hinten. Gucken wir da durch? Da kommen wir da durch. So, bitteschön. Jetzt kommen wir da durch. Langsam. Alien Container. Sehr schön. Langsam. Frage ist nur. Ich gehe mal hin, ja? Da sieht so aus, als wäre da nichts. Wird es da hin? Okay. Na super. Waffen. Ja, geil. Ja, aber pass auf. Komm mal her. Dann hast du zumindest eine Waffe, wo noch 25 Schuss drin sind. Bitteschön. So. Dann ist ja auch schon mal was wert. Ne? Mhm. So, jetzt muss man nur hier wieder hoch. Wieso? Naja, hier unten ist doch nichts. Na gut, wir könnten hier den Gang noch runterfallen, aber ich sehe hier keine Container. Hier unten. Okay. Ja, lohnt sich das nicht. Hier geht es aber irgendwie weiter. Vorsicht, geschütz. Wo? Ah, da oben am Licht, ne? Na, irgendwo da hinten. Da ist noch ein Container. Vorsicht. Oh, das ist der Technikraum. Ja, da müssen wir Acht geben jetzt, glaube ich, ein bisschen. Da werden wir Breche haben. Wir haben nur ganz wenig Munizid. Scheiße. Ach, kein Quatsch. Alles gut. Container, mitnehmen. Nichts, was wir brauchen können. Ist schon wieder dran hier. Raketenwerfer ist da drin. So. Aber der hat ja jetzt auch nicht so viel. Ich lund's gleich mal um die Ecke. Warte mal. Oh, da hinten ist irgendwie ein Geschütz oder so ein Kram. Ja, wir müssen den Kern finden. Und den müssen wir zerstören. So. Mach langsam. Mach langsam, sag ich dir doch. Warte mal. Oh. Hast du kaputt? Noch nicht. Aber ich lade nach. So. Na super, das sind zwei. Nein, oder? Ja. Au, au, au. Ich muss erst mal mich heilen, du. Jetzt ist er kaputt. Vorsicht, Type. Und ich höre noch so ein Vieh. Oh, verdammt. Keine Munition mehr. Ja, jetzt wird's eng. Mhm. Vielleicht hat der... Oh, die ist auch alle. So, jetzt hab ich noch genau zehn Schuss. Geschütz. Okay, jetzt hab ich wieder zwölf Schuss oder so. Nee, 16. Ich guck hier grad mal in den Schächten, ob da irgendwas drin ist. Weißt du, was wir jetzt machen? Äh, du sagst es mir. Oh, das ist ja doof. Achtung. Das macht gar nicht mehr so viel Wumms wie früher. So, der ist leer. Du hast auch keine Munition mehr, ne? Ein paar Schuss noch. Wie viel? Wie viel hast du noch? Ich bin jetzt zwölf Schuss noch. Zwölf? Das schaffen wir nicht mit zwölf Schuss. Nee. Ich muss auch jetzt was essen. Ja. Ich nimm mal ein großes Medipick. Lass uns erstmal Magnesium besorgen, dass wir wieder... Ach man, schade. Bisschen. Aber das ist natürlich wirklich blöd, ne? Hier ist ja irgendwie nix drin. So, wie kommen wir denn hier wieder raus? Wo sind wir denn reingekommen? Hier oben. Oh, das ist aber zu hoch. Ach, da. Das ist zu hoch. Oh ja. Das ist jetzt aber ganz hoch. Doch, doch, es geht. Kommst rauf. Okay. Hups. Wenn du das sagst, dann mal gucken, ob ich Sprungkraft habe. JPEG und hoch. Hopp. Guck, guck. Dann hast du Glück, dass du nicht so viel gegessen hast, die Tage. Ich sag dir ja. Haben wir denn irgendwo auf der Map? Warte mal, lass uns mal schauen. Meine Map ist weg. Wo ist er denn da? Eisen, Silizium, Kobalt, Kupfer. Wir haben alles. Magnesium ist ewig weit weg. Hab ich doch gesagt. Du hörst mir ja nicht zu. Das heißt, wir brauchen ersten Hover. Wo wir Magnesium. Hoffentlich reicht das noch dafür. Das Material muss reichen. Ansonsten haben wir ja Kobalt und sowas um die Ecke. Ich überlege, ob ich mal hier. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Ja, einfach die Treppen hoch. Ah. Ich bin mal den Aufzug hochgefahren. Ich wollte gerade sagen, da lass uns noch einmal reingucken. Ja. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden da. Das ist immer wirklich richtig blöd, ne? Das ist Radar. Komplett ohne Zeugs. So, jetzt bin ich ganz oben. Ja. Ja. Antennen und zwei Radar. Mhm. Das ist eine schöne Base hier. Ja, sie schon, aber dass die Kisten wirklich alle leer sind, das ist ärgerlich. Sehr sogar, ja. Komm, YOLO und runter, oder? Ja. Einmal Richtung Base. Wo ist denn die Base? Ach, da. Folge mir. Ich versuche. Mirate. Ich versuche. Ich habe zwei große Medipacks und ein kleines gefressen. Alter. Ne, so viel habe ich nicht gefuttert. So viel habe ich nicht gebraucht. Also da müssen wir nochmal hin. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und für das, das... Das ist schon irgendwo ein bisschen doof. Ja. Das, was da so wenig drin ist. Und Magnesium müssen wir vorher klabautern. Machen wir jetzt quasi so einen Mini, so einen Mini-Hover, oder das Nötigste, damit wir da einmal hinfahren, ein bisschen Magnesium holen und dann nehmen wir das Ding nochmal auseinander. Ja. Und in der Zeit, wie du das dann machst, mit dem Hover, fange ich hier ein bisschen mit der Base an. Mhm. Und mache da noch ein bisschen weiter. Mich wundert es auch, dass noch keine Drohnen gekommen sind. Ja, beschrei ich es nicht. Warum? Das wäre... Ach nee, das wäre jetzt nicht mehr so doll. Jetzt haben wir keine Mutation mehr. Was willst du machen? Anspucken? Ja. An den Kanonen ziehen, oder was? Ja, wir können ja auch mit den Kanonen schießen. Bzw. wir können die Drohnen an der Base ranlocken, dass unsere Kanonen die... Ja, das machst du dann mal, ne? Ah, jo. Nee, 50 Magnesium habe ich doch noch. Also ein bisschen Munition können wir machen. Ja, jetzt kommst du mir mit Munition und Magnesium. Jetzt, wo wir wieder raus sind. Nein, ich hatte dir doch gesagt, wir hatten noch 50. Habe ich dir die nicht gegeben? Oder habe ich noch in meinem Kunstfaktor? Mal gucken. Aber dann mach bitte die 9 Millimeter, weil die tun ja nicht so verbraten so heftig. Na? Weil bei der 10 Millimeter, die knallen wir ja mal so eben durch. Ich hatte hier noch Munition drin. Aber die haben wir gerade erst gemacht. Ich habe noch insgesamt 300 Schuss gerade mal gemacht. Oh, das ist sehr gut. Die liegen jetzt hier. Aber mit Metallstücke brauche ich. Dann machen wir erst mal hier. Dann machen wir erst mal hier mit Weiter. Und ich muss noch ein bisschen Eisenerz besorgen. Dann lassen wir die Dinger hier mal richtig schön arbeiten für uns. Ja. Was für Munition hast du gecraftet? 6,8er natürlich. Ah, okay. Als nächstes dann bitte nur die 50 Kaliber erst mal. Solange wir es mal ein bisschen Magnesium haben. Und bei dem Magnesium müssen wir das dann so machen, wenn wir das holen. Aber wieso soll ich die machen? Die brauchen doch das gleiche Magnesium. Ja, aber davon schießen wir die Munition nicht so schnell raus, weißt du? Ja, da mache ich aber nur 10 Stück mit einmal. Und mit den anderen mache ich 25 mit einmal. Ist in jeweils nur ein Magazin. Du verstehst, wie ich meine? Hm. Also, mach halt, wie du meinst, letztendlich. Das ist schon wieder dunkel hier. Achso, ich hatte dir das Magnesium schon gegeben. Deswegen. So. Dann habe ich hier... Jetzt brauche ich erst mal ein bisschen Licht. Weil ohne Licht, das sehe ich nicht. Hm. Die Anzeige ist ein bisschen buggy, sehe ich gerade. Welcher? Von dem Constructor. Da ist doch immer der Kreis, der läuft, wenn du so ein Metallstück gemacht hast. Ja, der läuft nicht unbedingt richtig. Da ist tatsächlich ein bisschen buggy. Haben wir eigentlich schon eine Kiste? Nein, wir haben noch keine Kiste. Ich schmeiße momentan alles in den kleinen Constructor rein. Okay. Guten Tag. Weil, wollte ich die Bels erst ein bisschen klar machen. Ist dunkel hier drin, finde ich. Ist es das? Ja. Finde ich nicht. Oh, ist schon schöner jetzt. Okay, der hier läuft auch. Dann Metallkomponenten und all so ein Kram. Das ist doch gut. Naja. So an sich gesehen, läuft es. Hier habe ich 400, knappe 420 Stahlplatten habe ich da drin. Ja, das ist doch auch sehr gut. Ja. So, jetzt kann ich einmal so machen und einmal so machen und dann wollte ich das so machen. Also ich werde brauchen den RCS. Wieso brauchst du jetzt einen RCS? Für den Hoover, oder? Achso, ja. Ich denke auch. Da brauchst du soweit alle. Ich brauche noch zwei Tieren. Und dafür brauche ich natürlich noch Metallkomponents. Einen Treibstofftank brauche ich. Gerne? Ja, mit dem blauen Punkt, ne? Mhm. Achso, die Ersatzwaffen, die schmeißen wir jetzt in den kleinen Constructor mit rein. Dann sind sie erstmal in die Seite. Mhm. Ja, das sind wir schon mal am Ende einer Folge angelangt, ne? Schon mal wieder. Schon mal wieder. Na, das ging ja fix. Das ging ja flott. So. Aber zumindest noch mal ein bisschen Action gehabt. Ja. Auch wenn... Nicht mit dem Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Ja, wenn es hart gegen uns ging dafür. Ja, aber komm, also wir haben es überlebt. Ja. Ne? Das ist die reine Geschichte. Gerade so, ne? Das Einzige, was halt jetzt doof war, ist, dass wir halt nicht Sachen gefunden haben. Ja. Dass da halt nirgendwo weiter drunter war. Das war übel, ja. Finde ich unangenehm. Geringe Ausbeute fand ich. Gar keine Ausbeute. Ausbeute 00 negativ. Genau. Gut. So. Na dann, würde ich sagen, ihr habt euch wohl und habt die Daumen oben, ne? Alles klar. Dann bis dahin. Bye, bye. Tschüss.